Viele Leute argumentieren, dass Elektroautos die Umwelt zwar nicht direkt verschmutzen, aber eben die Erzeugung des dreckigen Stroms, der die Elektroautos antreibt. Manche sagen sogar, dass es dreckiger und umweltschädlicher als ein Benziner oder ein Dieselauto. Wenn wir uns das Elektroauto mal näher anschauen und dann auch die Energie, die es antreibt, betrachten, sollten wir das dann nicht auch mal für ein Auto tun, was mit fossiler Energie angetrieben wird? Also, was bedeutet die Produktion des Kraftstoffs, den ihr in euren Autos jeden Tag verbrennt? Benzin oder Diesel beginnen als Öl, durchschnittlich in zwei Kilometer Tiefe unter der Erdoberfläche. Ein großer Teil des Öls wird mit sogenannten Pumpstationen gefördert. Solche Pumpstationen laufen in den meisten Fällen nicht von selbst, sondern sie benötigen Strom. Im Durchschnitt werden 9.960 Kilowattstunden Strom pro Monat benötigt, um eine einzige Pumpstation anzutreiben. Um das mal in einen Kontext zu setzen, das ist genug Strom, um ein Elektroauto für über 50.000 Kilometer anzutreiben. Alleine in den USA gibt es 4.305 Ölbohrungen mit Pumpenhebern. Der Stromverbrauch für diese Bohrungen liegt bei etwa 4.300 Gigawattstunden im Monat. Das ist eine enorme Menge Strom und das nur, um das Öl aus dem Boden zu holen. Wenn wir diesen Strom nutzen würden, um Elektroautos direkt anzutreiben, würde das ausreichen, um über 15 Millionen Elektroautos für einen Monat zu versorgen. Eine Bohrinsel bzw. Offshore-Ölplattform benötigt ebenfalls Energie für den Betrieb. Meistens erzeugt durch einen Dieselgenerator. Ein durchschnittlicher Generator auf einer Bohrinsel verbraucht 20 bis 30 Tonnen Diesel pro Tag. Das elektrische Äquivalent dazu beträgt 300.000 Kilowattstunden. Es gibt schätzungsweise 1470 Offshore-Ölplattformen auf der ganzen Welt. Die verbrauchen über 1,3 Milliarden Kilowattstunden an Energie im Monat. Die gesamte Ölförderung zusammen würde ausreichen, um 19,5 Millionen Elektrofahrzeuge pro Monat zu betreiben. Alleine durch die Energie, die zum Pumpen des Öls aus dem Boden in den USA und Offshore benötigt wird. Der Treibstoff verschmutzt also nicht nur, wenn wir ihn in unseren Autos verbrennen. Wir verbrauchen auch eine riesige Menge an Strom, nur um das Öl hochzupumpen, das den Treibstoff herstellt. Die Verschmutzung durch die Auspuffemissionen zusammen mit den Emissionen, die zum Pumpen des Öls aus dem Boden entstehen, ist doch wirklich keine saubere Sache, sind wir doch mal ehrlich. Und das Hochpumpen von Öl ist auch nicht gerade klinisch sauber. Millionen von Litern Öl gelangen bei der Förderung jedes Jahr in die Umwelt oder den Ozean. Was für Fische und andere Wildtiere verheerende Folgen hat, dann muss das Öl transportiert werden. Der Großteil des Öls wird durch Pipelines gepumpt. Es gibt über 500.000 Kilometer an Pipelines in der Welt. Und die transportieren den Großteil der 100 Millionen Barrel pro Tag, die wir verbrauchen. Diese Pipelines verwenden Pumpstationen. Und die verbrauchen noch mehr Energie. Öl wird auch über die Ozeane verschifft. Unreguliert, was die Emissionen angeht. Also benutzen Schiffe den billigsten und schmutzigsten Treibstoff, den sie kriegen können, um die Kosten niedrig zu halten. Was sie zu einer der größten Verschmutzungsquellen auf dem Planeten macht. Die Schifffahrt ist verantwortlich für schätzungsweise eine Milliarde Tonnen CO2 pro Jahr. Und 10% davon betrifft den Transport von Öl. Diese Tankerschiffe pusten so viel Dreck raus, dass viele Länder ihnen nicht erlauben, in der Nähe ihrer Küsten aus eigener Kraft zu fahren. Also müssen sie in den Hafen geschleppt werden, wo das Öl zu einer Raffinerie transportiert wird. Die Raffinierung von Öl benötigt eine große Menge an Energie und erzeugt noch mehr Umweltverschmutzung. Die Raffination erfolgt durch Erhitzen des Öls auf bis zu 420 Grad Celsius. Das Erhitzen von 100 Millionen Barrel Öl pro Tag auf diese Temperaturen erfordert eine enorme Menge an Energie. Und das Erhitzen dieses Öls erzeugt so viel Umweltverschmutzung, dass Raffinerien eine ernsthafte Gesundheitsgefahr darstellen, überall wo sie betrieben werden. Raffinerien sind die größte Verschmutzungsquelle in vielen Großstädten der Welt. Es ist teilweise so schlimm, dass Menschen, die in der Nähe dieser Raffinerien leben, deutlich häufiger an Lungenkrankheiten leiden. Sobald das Öl raffiniert ist, wird es in Diesel-LKWs zu den Tankstellen transportiert. Was noch mehr Umweltverschmutzung bedeutet. Dann wird dieser Treibstoff in Autos und Lastwagen verbrannt. Direkt in unseren Städten, wo wir leben und atmen. Diese Autos und LKWs haben Verbrennungsmotoren, die extrem ineffizient sind. 70% der Energie aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe wird als Wärme verschwendet, während nur 30% genutzt wird, um ein Auto zu bewegen. Nachdem wir also den ganzen Strom verbraucht haben, um Öl aus dem Boden zu pumpen, es zu raffinieren, es zu transportieren, verschwenden wir dann 70%, wenn wir es verbrennen. Die Produktion fossiler Brennstoffe ist ein unglaublich schmutziger, ineffizienter Prozess von Anfang bis Ende. Wenn wir all dies mit dem Antrieb eines Elektroautos vergleichen, ist der Unterschied doch ziemlich deutlich. Elektrizität muss nicht aus tausenden von Metern unter der Erde mit Lastwagen oder Zügen transportiert oder durch Pipelines gepumpt werden. Er muss nicht nach Übersee verschifft werden, er muss nicht raffiniert werden und er erzeugt keine Verschmutzung, wo wir leben und atmen, auch wenn Strom aus der Verbrennung von Kohle erzeugt wird. Und wenn ein Elektroauto mit sauberer Energie betrieben wird, ist von Anfang bis Ende kaum noch Verschmutzung vorhanden. In den USA stammen 47% des Stroms aus Quellen, die kein CO2 emittieren. In Europa ist es sogar noch besser. Da sind es 56%. Und der Anteil an sauberer Energie wächst jedes Jahr, da Kohle- und Gaskraftwerke durch erneuerbare Energiequellen ersetzt werden. Aber was ist denn mit dem ganzen Lithium, das in Elektroautobatterien verwendet wird? Lithium ist ein Metall, das in den Wüsten von Australien, China, Argentinien und Chile abgebaut wird. Außerdem ist es nicht nur Bestandteil von Batterien. Es gibt unzählige Anwendungen dafür. Es wurde viel über die bösen Umweltauswirkungen des Lithium-Abbaus geschrieben. Aber das ist alles ein bisschen übertrieben, wenn wir das mal mit dem Öl vergleichen. Australien ist im Moment der größte Produzent von Lithium in der Welt. Wenn es irgendwelche größeren Umweltprobleme mit dem Abbau gäbe, würden einige Australier darüber reden. Aber wovon redet Australien wirklich, wenn es um Umweltverschmutzung geht? Über Ölraffinierung. Ja, alle Raffinerien im Land schaffen ein viel größeres Umweltproblem als der gesamte Lithium-Abbau in Australien. Australien ist auch kein sehr dicht bevölkertes Land. Sie verbrauchen 1% des weltweiten Ölangebots und raffinieren nur ein Viertel des verbrauchten Öls selbst. Aber sie fördern fast 50% des Lithiums der Welt. Also ist in einem Land, das nur ein Viertel von einem Prozent des Öls der Welt raffiniert, aber gleichzeitig 50% des weltweiten Lithiums abbaut, der größte Verursacher von Umweltverschmutzung, die Ölraffinerien. Und dabei ist das Bohren, Pumpen, Transportieren und Verbrennen dieses Öls nicht mal berücksichtigt. Das ist nur die Raffinierung. Der gesamte Lithium-Abbau auf der Welt hat bisher nicht annähernd so viel Schaden an der Umwelt angerichtet, wie auch nur eine große Ölpest. Und was ist mit den Batterien? Was passiert mit den Elektroautobatterien, wenn sie alt werden und entsorgt werden müssen? Wenn sie nicht mehr in einem Elektroauto verwendet werden können, können die Batterien als Energiespeicher genutzt werden. Energiespeicher für ein Haus oder eine andere Anlage geben dem Akku ein zweites Leben. Und wenn sie dafür nicht mehr gut genug sind, können sie recycelt und geschreddert werden, um die wertvollen Metalle in diesen Batterien in der nächsten Generation von Elektroautos einzubauen. Es ist doch ein bisschen albern, so viel Strom zu verbrauchen, um Öl aus dem Boden zu pumpen und tonnenweise Umweltverschmutzung zu erzeugen, um es zu transportieren und zu raffinieren, um schließlich 70% davon zu verschwenden, wenn wir es in unseren Autos verbrennen. Wenn wir die Elektrizität viel einfacher nutzen können. Wir können Elektrizität direkt zum Antreiben von Elektroautos nutzen, ohne die Umweltverschmutzung durch Raffination und Verbrennung von Öl in ineffizienten Verbrennungsmotoren. Es ist doch offensichtlich, wenn man sich mal das große Ganze betrachtet, ist die Ölförderung ein schmutziger, verschwenderischer Prozess, besonders wenn man es mit der Alternative vergleicht. Was kann man also tun? Eines der Hindernisse, die viele Menschen davon abhalten, auf Elektroautos umzusteigen, neben den ganzen Fehlinformationen, die überall verbreitet werden, sind Leute, die in Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen mit Gemeinschaftsparkplätzen wohnen. Wenn Sie also zum Beispiel ein Gesetzgeber sind, der im Stadtrat oder einem Gemeinderat sitzt, wenn Sie im Vorstand einer Wohnungsbaugesellschaft sind, wenn Sie Mieteigentum besitzen, können Sie dort etwas tun, um zu helfen. Sie können für die Installation von Ladestationen sorgen oder Sie auch selbst auf Parkplätzen oder auf der Straße installieren, damit Menschen, die in Mietwohnungen leben, einen Platz haben, um Ihr Elektroauto aufzuladen. Unterstützen Sie eine umweltgerechte Besteuerung von fossilen Brennstoffen und stimmen Sie stattdessen für die Verwendung von Subventionen für den Umstieg auf Elektromobilität. Mit den richtigen Anreizen und politischem Willen kann sich der Wandel sehr schnell vollziehen. In Norwegen hat man zum Beispiel in sehr kurzer Zeit eine große Umstellung vollzogen. Der Verkauf von Elektrofahrzeugen in Norwegen hat über 50 Prozent aller verkauften Fahrzeuge erreicht. Unterstützen Sie die Installation von Solarzellen, wo immer es geht. Solarenergie ist günstiger als der Kauf von Strom aus dem Netz und macht sich vom ersten Tag an bezahlt. Und wenn Sie das Glück haben, Ihr eigenes Haus zu besitzen, installieren Sie eine Solaranlage und sparen Sie tausende Euro an Kraftstoff und Strom und haben die Gewissheit, dass Sie die schmutzige Ölindustrie nicht unterstützen. Teilen Sie dieses Video und posten Sie es in sozialen Netzwerken, um zu helfen, mit Unwahrheiten aufzuräumen. Und schließlich ist dies ein Open-Source-Video. Sie können es frei herunterladen und Ihr eigenes Intro oder Ihr eigenes Ende hinzufügen. Sie können das Video auch in eine andere Sprache übersetzen und wieder veröffentlichen. Der Tag, an dem unsere Städte frei von Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Feinstaubpartikeln und anderen giftigen Stoffen aus Auspuffrohren sind, muss nicht weit entfernt sein. Wir haben die Technologie dazu, dies jetzt zu tun. Die Unterstützung des Übergangs zur Elektromobilität wird uns diesem Tag näher bringen. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Danke fürs Anschauen und bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.